Insgesamt 16 barrierefreie Wohnungen und 20 Stellplätze entstehen hier in der Brunnengasse in Reutlingen-Oferding. Bereits jetzt feierte die GWG Reutlingen zusammen mit den Zimmerleuten. Und wie es sich für ein Richtfest gehört, gab es auch gut was zu trinken und Scherben im Nachhinein. Die neuen Wohnungen sollen den Ortskern der Gemeinde stark aufwerten. Bis April 2019 werden die Arbeiter noch beschäftigt sein, dann können die neuen Mieter einziehen.